Hallo und ganz herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Heute nehmen wir uns die Automobilbranche vor und blicken speziell auf Fiat Chrysler. Mein heutiger Gast dazu ist David Hartmann von von Tobel. Ja, schönen guten Tag, Herr Hartmann. Die Lage in der Automobilbranche, die scheint sich aufzuhellen. Zumindest gab es zuletzt durchaus aufmunterte Daten vom Markt in China. Der ist im August ja um fast 9 Prozent gewachsen. Hat denn die Automobilindustrie die Corona-Krise damit vielleicht schon weitestgehend hinter sich gelassen? Ja, so weit würde ich persönlich leider noch nicht gehen. Das ist einfach so, dass Experten derzeit davon ausgehen, dass sich die Corona-Lage in den vor uns liegenden Winter- und Herbstmonaten eben nicht deutlich verschärfen wird. Dementsprechend dürfte auch wieder die wirtschaftliche Unsicherheit bei den Verbrauchern zunehmen. Und das wirkt sich natürlich dann auch negativ auf die Absatzzahlen in der Automobilindustrie ab. Etwas genauer wollen wir ja heute Fiat Chrysler beleuchten. Fiat und PSA Peugeot, die passen gerade so die Bedingungen ihrer Megafusion an. Der neue Konzern soll ja Stellaris heißen. Ist die Fusion aus Ihrer Sicht der richtige Schritt? Ja, diese Version, die macht durchaus aus meiner Sicht Sinn. Man würde dadurch eben zum viertgrößten Automobilhersteller der Welt aufsteigen und könnte somit auch von Synergieeffekten eben profitieren. Man würde die diversen Marken eben bei der Konzerne unter einem Dach eben vereinen. Und somit könnten diese Marken dann auch auf identische Plattformen gefertigt werden, was die Kostenlage deutlich reduzieren dürfte. Aber kann der Deal denn angesichts der Corona-Krise überhaupt planmäßig durchgezogen werden? Ja, anscheinend wird hierfür zumindest mehr Geld benötigt. Fiat Chrysler hat dementsprechend auch die angekündigte Sonderdividende deutlich reduziert. Ursprünglich sollten an die Aktionäre mal 5,5 Milliarden Euro ausgeschüttet werden. Davon sind jetzt leider nur noch 2,9 Milliarden Euro übrig. Es ist einfach so, dass man sich hier mit einem Liquiditätspolster schaffen möchte, um dieses ambitionierte Großprojekt eben auch über die Corona-Pandemie hinweg retten zu können. Jetzt ist die Autobranche ja mitten im Umbruch. Es gibt immer mehr Elektroautos auf den Straßen und dazu sorgt dann auch noch der Wasserstoffantrieb für Fantasie. Wie ist denn Fiat für die Zukunft aufgestellt? Ja, die Probleme werden auch abseits von Corona für Fiat nicht geringer. Aber es ist so, dass der Konzern aber auch in den vergangenen Monaten eben dementsprechend schon reagiert hat und deutliche Investitionen in die Zukunft getätigt hat. Hier sind vor allem die Themenkomplexe der E-Mobilität und auch der Assistenzsysteme zu nennen. Hier hat man dann auch schon erstaunliche Ergebnisse entwickeln können, die derzeit oder in naher Zukunft zumindest in den Luxusmarken des eigenen Konzerns verbaut werden sollen. Die Konkurrenz auf dem Automarkt ist ja nach wie vor groß. Es gibt die etablierten Konzerne wie VW, GM, Toyota und dazu kommen dann eben auch die neuen Player, wie beispielsweise Tesla. Kann sich Fiat denn aus Ihrer Sicht im Konzert der Großen überhaupt behaupten? Ja, und hier ist eben auch das, Sie haben es schon angesprochen, das Problem, also das Problem, das kommen wird, ist eben nicht der Konkurrenzkampf mit den etablierten Herstellern. Denn es ist einfach so, dass auch die Toyotas und VWs dieser Welt eben vor den identischen Problemen stehen, wie es jetzt auch Fiat tut. Man hat eben viel zu lange auf den Verbrennungsmotor gesetzt. Neue Player haben das erkannt, sind auf den Markt getreten. Hier ist natürlich in erster Linie Tesla zu nennen. Tesla hat es geschafft, sich mittlerweile einen deutlichen Wissensvorsprung im Bereich der E-Mobilität eben herauszuarbeiten und über Erfolg oder Niederlage des neuen Konzerns wird eben auch mitentscheiden, inwieweit es gelingt, den Wissensvorsprung von Tesla eben aufzuholen. Sie haben gerade schon die Sonderdividende angesprochen, die jetzt geringer ausfällt als ursprünglich angekündigt. Die Aktie ist aber trotzdem gestiegen. Was sind denn dafür die Gründe? Ja, anscheinend traut der Markt zumindest dieser Fusion noch das Potenzial zu, sich zur Erfolgsgeschichte zu wenden. Und dementsprechend haben sich anscheinend Investoren in den vergangenen Tagen positioniert und die Aktie eben gekauft. Die Aktie von Fiat Chrysler hat sich ja ohnehin mittlerweile vom Corona-Crash-Tief deutlich entfernt. Wie können Sie jetzt vielleicht nach der Fusion mit der Aktie weitergehen? Rechnen Sie mit weiter steigenden Kursen? Ja, zumindest sind eben die Analysten derzeit auch alle relativ bullisch und bemessen der Aktie eben noch das Potenzial zu, eben auch zukünftig noch steigen zu können. Herr Hartmann, damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war unser Blick auf die Automobilbranche, beziehungsweise genauer gesagt auf Fiat Chrysler. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.